um Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play TFT Ranked ähm wir werden versuchen das was wir letztes Mal nicht geschafft haben und zwar ist eigentlich egal was wir davon bekommen hätten also ähm und zwar den äh ähm ja also siehnen Kombo Ding wenn wir noch mal probieren ähm letztes Mal war unser Problem dass wir sehr lange keine Assasin bekommen haben aber ja probieren wir einfach noch mal wenn wir dieses Mal keine bekommen äh gehen wir auf ne andere rasse äh klasse rasse und klasse so mhm ok ähm ähm auf Pirat gehen können aber hier ist halt der ja hier hatten wir hatten halt ein paar und deswegen habe ich das jetzt gemacht so am Anfang sind halt Level 2 ja schon sehr wichtig ist oh man ja na gut ja na gut super was wir hier bekommen n n jetzt brauchen wir die Papi als nächstes aber die Brille kommt natürlich nicht zufrieden Jun naja vorbei die die kommt eigentlich relativ früh ich hatte ja schon mal die als also auch sehr früh äh die kann kann schon früh kommen kommen auch nicht mehr zenten n um ja holen wir uns mal alles feiern wir haben ja nichts n jetzt ist blöd hier war der schon Level ab der hat schon den Weg ergeholt guter Zug naja das war knapp haha so niederliehen time to shine ah was du verlierst gegen 3 das ist ja peinlich haha oh ja man so mal schauen was wir jetzt ziehen weil das sehen ist und sehr wichtig und wir müssen was sie haben wie niedler wird zu ja machen wir so machen wir machen es jetzt so ich glaube das ist besser wir können auch äh ihn rein tun dann ist die niederlich schneller ich glaube das ist das noch besser ich glaube das ist das noch besser ich denke es wird besser so dieses wie wie nach oben wie 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 n 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 am Anfang ist er im Verlieren überhaupt nicht schlimm aber es sollte nicht Prozent überhand nehmen die letzte Runde wir haben wir gegen den ersten relativ früh gespielt und er ist da war ich gerade auf vier oder fünf Einheiten und er hat schon sieben so auch nicht ganz so so super so hier einer, hier einer oder holen wir ihn rein wir holen ihn rein bei Level 2 so Level 2 er tanken und die machen Stuff hier haben wir eine Assassine bei Runde welche Runde, das ist jetzt Runde 6 haben wir den ersten Assassinen bekommen ich glaube wir werden nicht auf Assassinen gehen weil wir wirklich nix bekommen wow unser erster Win warte mal ach so ok, das war das ist der dritte interessant so was holen wir uns wir sind als zweites dran wir holen uns wir holen uns wir holen uns Rüstung wir holen uns Rüstung einer der beiden oder Bittner ne 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 Batman wir holen uns BF wir haben eine Träne also ich wollte aus Rüstung und dem Stab ein Solari holen aber wir gehen ja nicht auf Ninja das habe ich gerade entschieden das habe ich gerade entschieden ich glaube wir gehen nämlich mehr auf bisschen also hier ist wieder wild ähm ähm äh was ach so ähm hier wild Assassinen weg so die sparen wir noch mhm den tun wir auch weg den tun wir rein so ich ich will ehrlich gesagt bisschen auf äh Magier gehen obwohl viele eigentlich auf Dämonen setzen setzten er hat er da hat er uns Prozent Lusing Streak versorgt dieser Klin diese kleine Urknudel soll jetzt haben wir drei um wir haben jetzt drei Revolverhelden ich glaube wir ersetzen ihn dann schießt er nämlich schneller könnte sein dass es besser ist so mal schauen der hat auch drei level einsatz ist ganz gut das war ziemlich knapp dass der Pike sein ne nicht der Pike sein und der Gangplank seine Fässer noch zum explodieren bringen konnte das war sehr close das war sehr close so was 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 will ich denn damit hä was will ich denn damit richtig gar nichts wir könnten wir könnten äh da kommen nehmen wir mal ihn wir könnten auf Klingmeister hier haben wir zwei hier haben wir nochmal Revolver ich schlafe Aatrox ist halt richtig Toxic man braucht drei Klingmeister nicht und ja sie uns hier ist Rüstung aber wie eben nur ein item das ist auch blöd PLÜHT was haben wir hier hier haben wir nochmal sie Phantom jetzt brauchen wir Gangplank hätten wir doch holen sollen und dann haben wir dreimal ähm Klingmeister könnte funktionieren äh gut Farbig ist tot ja das war eindeutig M ich ich empfehle wegen doch sie sie bräuchte das jetzt in der Hälfte sie damit reiten aber es ist ja ich ich kaufe ihr das jetzt nicht weg weil um ich brauche den Platz soll ich dir Korte dann wäre sie so okay er geht auf jeden Fall auf Prozent will auf Nobel gehen dagegen ist Prozent Magier sehr gut gut noch mal verloren das ist in gar nicht so blöd ja denn ihr Bogen ist Prozent ready bei ihm nochmal was ist denn dann los hier Morgana gut also zweimal hier ist schon mal Zauberer unterwegs hier ist Klingmeister also hier auch mit Wayne äh Fiora meine ich sorry aber Fiora ist jetzt nicht so super es läuft gerade gar nicht okay also was machen wir jetzt was ist der Plan der Plan ist jetzt ähm Leben zu bekommen gibt es natürlich nicht dann holen wir uns ihn dann holen wir ihn als nächstes rein dann machen wir nicht Magier sondern Klingmeister dann in den Tropfen verwandeln wir dann mit äh dem Bogen ne 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 da warten wir noch kurz wir haben wir haben äh zwei Arthrox das ist wichtig so ja jetzt jetzt kommt er ne okay jetzt machen wir das so so und sie kommt statt ihn rein okay gut ja er braucht kein Speer das braucht er auch nicht das braucht er auch nicht gut ah hier ist Gangtang dann ersetzen wir Fiora Fiora okay die verkaufen wir jetzt okay das war schon mal gut das war schon mal gut gut mhm der hat siebenhundert sie hat 400 also gut und gar wieder ja ich werde ihnen zeigen wie es ist zu fallen so aber den ihnen ihnen können wir das geben so 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 das weiß ich noch nicht oh füg gegen den verliehen wir und sie so mhm wir brauchen ein Graben noch ja er ist halt auch immer gut er ist halt auch immer gut vor allem er ist auch Schläger dann gehen wir nach denen ein Level hoch und holen uns Joggers rein mhm 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 verstummen lassen ist auch gut ja gut also eine Stufe ab mhm 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 Kinder könnt auch Momox nachholen mhm 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 table mhm 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 zweimal zweimal klingen er hat zwei Bogen damit Prozent treiben nicht gehen muss nun wird ein langsamer Tod wir müssen jetzt schien machen und es ist auch dagegen gut wir sind letzter Platz Alter krass so schlecht waren wir noch nie dann in 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 Vielen Dank.